jetzt gibt es hier leckeren selbstgemachten kaffee einen wunderschönen guten morgen aus arusha und herzlich willkommen zum neuen video hier über den wolken ragt der mount meru mit seinen über 4600 metern aber den will ich heute nicht besuchen ich gehe jetzt erst mal frühstücken dann verlasse ich arusha und werde in die kilimanjaro region fahren dort will ich die chaga besuchen wollt ihr mitkommen dann bleibt dran habt ihr schon ein abo da gelassen wenn ich einfach unten auf abonnieren klicken würde mich freuen dann folgt mir einfach so wir sind angekommen da steht das auto wir sind hier bei 1400 metern höhe mitten im regenwald und gehen jetzt zu den chagas und zu einer kaffeeplantage und ich weiß gar nicht wo die alle sind ich hoffe die warten auf mich kilimanjaro organik koffee ok so robusta take about 30 percent of all coffee plant here in tansania but for arabica one take about 70 percent of all coffee plant uh-oh why because arabica is planted in more than one region is planted in the kilimanjaro region that i call it kokoyam or elephant ear yeah yes because of the shape our ancestors as local umbrella yes during rainfall they cut it and then they put the top of their head and also to protect sunlight so here we are doing 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 and also when they and also when our ancestors have their small kids and when and when they need to go to the market to buy different kind of commodities they will be taking these leaves and cover on top of their children inside of sunlight to protect it to burn up yeah passion fruits da und da sind die kaffeefrüchte die müssen aber erst rot werden ein paar rote sind schon gedüngt werden die pflanzen hier mit natürlichen dünger von kuh und und so weiter hier sind die kaffeebohnen ein paar gepflückt dann sehen sie weit aus nach dem abfällen das ist die type of machine used for grinding some cereals we have kofi also we have this machine which is so special for grinding cereals so it takes long time for us for pilling that by using hands and knives why don't we use the same stone for peeling the outer layer of kofi and they try to look like this because it will too hard for us ancestors or for our grandfather um die Hände zu benutzen, um die Hände zu entfernen, um diese zwei Zolle zu haben. Das war so speziell bei der Zeit, um die Zwiebeln zu machen, um die Flügel zu machen. Sleeper? Ja. Der Juice in der Mitte. Ja, der Juice macht diese zu sehr sleeper. Und die Funktion von diesem Juice ist es, um diese zu machen, um es leicht zu werden. Ja. Und da gibt es keine Aroma von diesem, bis wir es rösten. Und normalerweise, dieses Coffee hat über drei Läher. Dieser, der Outer, ist sehr hart. Ja, es ist sehr hart, wenn man es um die Hände, ist es nicht leichter zu werden. Ja. Dieser ist ein sehr thiner, es sieht wie Nylon. Ja. 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 So, jetzt haben wir unsere Koffie und wir haben diese, wir haben Chaff, diese, wir nicht brauchen. So, jetzt haben wir die Koffie und die Koffie. So, jetzt haben wir die Koffie und die Koffie und die Koffie. So, jetzt sind wir die Koffie und die Koffie und die Koffie. Koffie und die Koffie ist, die Koffie. Ich weiß nicht. Kahawa. Kahawa. Sie hat ja 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 ja. Sie hat ja 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 ja. Sie hat ja 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 ja. So, jetzt haben wir die Koffie und die Koffie. Ja. jetzt kommen die letzten schalen auch noch der kaffee hat drei schalen die dicke dann eine harte wie so eine pistazie und am ende ist so eine ganz feine transparente und jetzt habe ich gerade eine kaffeebohne gekostet die schmecken richtig gut jetzt wird er bestimmt gemahlen diese Das ist der Kaffee der Kaffee. Wie sieht es aus. Wie essen wir das? Wir werden das 1 und dann das 2, folgen bei 3 und dann werden wir das Schokolade in unsere Hände. Komplettlich. Komplettlich. Okay. So, ich werde das 1, 2 und dann 3. Kaffee. Jetzt geht es los. No. No sugar? No, thank you. Black Kaffee. Kaffee. Ja. Jetzt gibt es hier leckeren, selbstgemachten Kaffee. Vom Pflücken bis zum in den Mund gießen. Asante Sana. Koterei. Koterei. Kimangaa. Gae Ndanuka. Bogona siro. Xikambe. Untertitelung des ZDF für funk, 2017